ja das ist echt übel wenn die mit so vielen leuten ankommen sehr gut den können wir jetzt von hinten schon mal erschießen sie den auch mal wieder einbauen müssen ja stirbt gar nicht die zeit auf ihn geballert war da oben ist dann der mutter jetzt ist weg der immortler ist auch schon wieder gesprungen von rechts an links bei mir also da kann man nicht so vernünftig zielen und nichts ist eine kleine munition sehr gut das werde ich mir holen hier ist eine große munition sogar ja ach so denke ich mal munition holen während du hier die kleine war hier um die ecke oder was hier ist hier ist die große ja und die kleine war hatte ich muss die platz hier ach so der dann sehe sie die kleine er macht sogar die tür auf die tür durch oder wird aber schon hier aufbrechen ich habe alles ok super oh ja da müssen wir gar nicht gibt es noch so ein kasten also schon gucken aber ich kann nichts mitnehmen mutti und ein imulat ja und da hilft es das bringt auch was für man da zu zweit ich traubballern dass er hier nicht nur dumme gedanken kommt allerdings kurz ob es hier muni gibt oder gar nichts da leuchtet schon mega blau aber noch nie mordler und so ein imulatort das warst du nicht los ja ja ich wollte ich drüber geschossen jetzt schießt aber von links einer auf uns genommen oder ich sehe da ist da ist er immer schnell hin und schweißen granate jetzt ist da oben am fenster irgendwie glaube ich ich habe ihn getroffen ist er noch oben oben am rechten fenster war er scheiße kann so blöder zombie hinter mir der mensch verpisst sich du blöder zombie noch einer alter vier zombies ja wohl ein schaden blutig noch so ich bin gleich bei dir die frage ist ob der typ hier noch drin ist ich kann ja auch mal vorsicht ein zombie kommt ich kann ja auch noch mal dynamit rein werfen ja der ist da auch scheiße er hat mich erwischt ach du scheiße ist runtergekommen rechts ist ein zombie schnauze und hier läuft der da drin noch rum oder der ist irgendwo rausgesprungen sonst der schloss was ich mache aber vielleicht hilfst du auf mich vor der geschoss ist bestimmt dahinter gelaufen beste schütze ist das auch nicht aber ist auch geduldig naja gut wir haben ihn da ein bisschen eingekesselt konnte ja auch gar nicht woanders ich laufe ich gehe mal von hinten ran ja oder hattest du geschossen scheiße wo ist der typ denn das ist jetzt ja echt eine jagd hier das blöde ist dass hier überall die häuser sind und könnte irgendwo drin sein hinten hat auch nicht geschossen wo ich hier stand es kann sein dass er hier im haus ist in dem hier das problem ist wenn der mich erschießen merke ich dass uns erst wieder ein frame später ich sehe ihn er ist unter dem haus drin getroffen ja er ist tot sehr gut er war definitiv alleine hier unter dem haus gut versteckte 75 dollar gab das ja aber ich habe auch gemerkt wir hatten ja meine zeitlang sind wir doch mal vor nicht also quasi weggelaufen also auch mal so am anfang und wenn die dann hinterher mit der waren irgendwie das war dann die schlechtere option so ich komme hinterher geht ab wieder also blöder zombie hat mich hier überrascht ist auch noch munition falls du brauchst ja da hat jemand gefächert okay dann können wir ja die spiele bearbeiten hier ist auch noch mal munition wahrscheinlich werden mal voll einen drauf kriegen jetzt ja das glaube ich auch so wo ist die spinne dann kann ich sie gleich anzünden oh hier ist sie okay ich habe sie verfehlt jetzt hat sie mich hier umgeworfen ich muss mich mal verbinden hier ja die geht richtig ab gerade ja komm zeig dich mal hier eine kleine spinne das war geschickt draußen ist jemand ok das stimmt ich hätte auf dich geschossen soll ja ja ich weiß müssen zu stehen wir haben sie gleich oh man das ist schon mal gut ich verbanse ich verbanse ok dann lade ich nochmal schnell nach du meinst ja da draußen ist wer ne also ich glaube ich bin mir aber nicht sicher könnte aber wirklich gut sein dann ja ja ich auch ja ja so ich bleibe jetzt hier in der ecke hocken und gucken ob da wer um die ecke kommt oder so es gibt zwei eingänge zu nach oben und ein dritten hier was dach du schaust jetzt auf diesen eingang hier und ich gucke einmal nach da und ich gucke nach da so also ob einer von da kommt oder ob einer von da kommt und nach da gucke ich auch dann gucke ich mir nur die treppe hier an weil sonst können ja nur von dieser treppe hier kommen da oder von da oder hinten ja die wasser ach jetzt wird spannend gut dass die verbannung zum schluss immer weitergeht das gute ist der ausgang ist eigentlich sehr nah ich habe hunde draußen gehört das nicht so ich habe aufgenommen ist aufpassen dass ich habe fallen gelegt sie aber hier kann ich guck mal hier raus sehe ich auch keinen dann können wir vielleicht die was da haben wir noch nicht sicher doch das geht jetzt herunter ich glaube in die richtung ja genau weil ich jetzt raus war sehr gut ich gucke mal kurz das sieht gut aus alter das war ja endlich haben wir es geschafft das gibt wieder geld ich war niemand mehr auf dem ja genau 13 12 sehr schön